Wolfgang Leutzl, erster Trainingssprung hier in Tchaikovsky, brandneue Anlage, was ist dein Gefühl? Ja, es ist eine recht interessante Anlage, also es sind nicht wirklich Berge da und da steht auch so eine große Chance. Es war eine super Anlage, also sie haben da viel investiert und es ist ein sensationelles Trainingszentrum, glaube ich. Und der erste Sprung war jetzt doch sehr geglückt und von dem her kann ich sagen, gut eingestimmt und die gefällt mir jetzt aufs Wochenende. Dankeschön. Gerne.